Kein Structure-Deck, kein Auswahl-Pack, kein Bonus-Pack, kein Bundle, kein Geheim-Pack, nur Legacy-Packs und ein Master-Pack, wenn wir Ranked gewinnen. Außerdem besteht unser Deck nur aus 6 Master-Packs. Das ist die Masochist-Challenge. Ja, Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Masochist-Challenge. Und diesmal haben wir was ganz Besonderes, denn Leute, wir haben eine neue Cam im Start. Nur als Vergleich, das hier ist die alte Cam, überbelichtet, schlechte Qualität. Das ist die neue Cam, perfekt ausbelichtet, scharf, perfekt. Ich würde sagen, das ist ein Upgrade. Und mit dieser motivierenden Nachricht gehen wir hier direkt rein. Mir fängt gerade auf, dass ich hier noch nicht meine Liste habe. Ja, ganz Oldschool hier noch auf Papier geschrieben. Oldschool ist am Start. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt rein. Ähm, ich habe natürlich eure Kommentare gesehen. Ich habe gesehen, ihr habt Bock, ihr habt Bock, ihr habt mega Bock. Äh, und auf diesen mega Bock, äh, da wollen wir natürlich drauf eingehen. Okay, Spiel lädt erstmal, ähm, unendlich lange neue Season. Ja, Leute, ich habe es gesagt, wir wollen das hier machen. Wir wollen, wir wollen, wir wollen neue Season hier starten. Äh, und wollen hier eben, ja, von Rookie, jetzt Triad ganz nach oben. Das ist hier the way to go, das ist hier unser Pain. Nein, das wollen wir machen. Und ich würde sagen, äh, ja, ja, wir können ja nichts machen, außer in ein Duell gehen. Ja, neue Season has begun, 36. Das wird unsere Season. Das wird unsere Season, unsere krasse Season. Und, ähm, ich habe schon hier vergessen, was für ein Deck wir haben, sozusagen. Also nicht vergessen, aber ja. Oh, wir tun einen Anfang, wollen wir aber gar nicht. Jetzt denkt er natürlich, wie ich spiele Tempai, aber das soll er halt machen. Ähm, er denkt auch, oh nein, Tempai, komplett losgelöst. Äh, so. Ich bin gespannt, ich bin gespannt, wie es sieht. Ey, ich feiere dieses Spielfeld. Oh, gute Hand, oh, gute Hand. Oh, ho, 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 ho. Es fehlt ein Tributmonster, aber sonst ein ultra starke Hand. Ähm, ist fast... Also wir haben die beste Trap in unserem Deck gezogen. Wir haben die beste Equip gezogen. Was quasi... Ja, gut. Morinces. Das Ding ist folgendes. Die haben nur Monster Negate. Und ein starkes Monster. Und... Beides könnten wir ja besiegen. Theoretisch. Aber ich will jetzt auch nicht lange hier ein Morinces-Kombo angucken. Weil er spielt das auch sehr schnell, muss ich sagen. Oh, 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 oh. Weiß ich nicht, ob wir das wollen. Ja, egal. Okay, er spielt noch mit anderen Karten. Hm, naja, okay. Also er spielt nicht nur... Ja, ja, nimm. Also das Ding ist folgendes. Wenn er auf... Äh, wie heißt es nochmal? Weißer Drache? Hm, der, ne? Wenn er mit Kristallherz spielt, dann haben wir ein Problem. Weil dann haben wir ein Riesenproblem. Die hat... Hallo? 2300. Durch die Fields... Alter, es ist ja auch überhaupt nicht anstrengend hier jetzt. Durch die Fields Bay kriegen die 600 Boost. Wir hätten ein Zwangsüberkehrungsgerät dafür. Heißt, wir könnten... Set, set, pass. Also der, der, der... Der Monster in the Gate macht halt gar nichts, so. Er darf halt wirklich nicht über Kristallherz gehen. Weil sonst haben wir ein Riesenproblem. Was sagt nämlich das hier nochmal? Äh, Scheiße, äh, äh... Karteffekt, das geht so unberührt. Also wenn er über Kristallherz geht, haben wir verloren. Dann ist sofort... Dead. Also wir haben keine Chance. So, das ist halt das Problem. Damit müssen wir jetzt wohl leben. Ähm, so. Er geht jetzt hier in unsere... Ja, mach halt hier. Krollendreieck. Ja, Leute. Wer da mit sich Spaß hat, ähm, können wir ja mal ein bisschen reden jetzt hier. Ja, neue Season. Wir wollen jetzt halt mehr Folgen bringen hier diesen Monat. Und wollen gucken, wie weit wir kommen können. Denn wie gesagt, ne, neue Season, es bringt natürlich nichts, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, Gold, Hitte, wenn die Season quasi schon vorbei ist. Dann bin ich ja sofort wieder, äh, Silber und so weiter. Das macht natürlich nicht so viel Sinn. Von daher, ähm, macht es natürlich Sinn, dass wir pushen jetzt direkt zu Beginn des Monats. Und, äh, die Folge, die guckst du ja gerade heute, die ist auch heute aufgenommen worden. Heißt, wir haben direkt zu Beginn des Dezembers jetzt hier, ähm, die erste Folge aufgenommen. Das heißt, wir können bis zum Ende des Jahres, also ist ja dann, ne, Dezember ist ja letztes Jahr, Monat des Jahres, können wir ballern. Ballern, ballern, ballern. Und wir gucken mal, wie weit wir kommen. Äh, wir werden natürlich einige Wins einfahren, einige Niederlagen einfahren. Und dann gucken wir mal, wie gut unser Deck danach ist. Und wie weit wir jetzt kommen. Weil wir werden jetzt wirklich viele Folgen machen. Ähm, letztes Mal, ja, vier Folgen im Monat. Natürlich, ist ganz nett. Aber natürlich sind das dann nur vier Duelle. Und, ja, vier Duelle, mhm, da kommen wir ja, ich meine vier Folgen. Vier Duelle, ja, das wäre, das wäre es. Aber, sagen wir mal, 40 Duelle. Ist natürlich auch ein guter Schnitt. Aber, ähm, ja. Er geht anscheinend nicht über Kristallherz, was uns sehr freut hier. Ähm, wie gesagt, die ist stark. Die ist gut. Mh. Okay. Kannst du einfach sagen, man solltest du kontrollierst. Und dann kann den Gegner kontrolliert wählen. Gib sie auf die Hand zurück. Okay, der Effekt ist natürlich schwierig. Äh, 14, wir werden den Gegner. Oh, nein. Der kann Span and Traps negaten. Ja, gut, dann, ähm, haben wir ihn umsonst, äh, jetzt hier lange zugeguckt, ähm, und gehen hier rein in die Niederlage. Ja, Leute, das muss ja auch mal sein. Aber wir haben es jetzt genutzt zum Reden, zum Quatschen. Und jetzt sind wir so ready. Jetzt können wir, ja, Rabbit, da würden wir auch schwindelig werden. Wir sind so ready. Wir gehen direkt rein. Ironisch, ne? Wir könnten auch absichtlich verlieren, weil, ähm, Rookie, steigen wir eh hoch. Also, egal, ob wir gewinnen oder verlieren. Ist nicht voll gut. Was mache ich das nicht? Okay. Er wird dann. Blue Eyes. Da hat jemand direkt Bock. Als erster. Oder ist es Tempai? Da haben wir jetzt gar keinen Bock. Äh, ja. Hm. Schwierig an dieser Stelle. Schwierig an dieser Stelle. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Nice. Äh, ich würde sagen, wir machen das. Äh, das. Und, äh, machen das hier. Ja, muss ja. Dann gehen wir noch dazu, Gab. So, ist jetzt nicht der beste Start, aber nicht der schlechteste. Keine Ahnung, warum ich da. Aber für ihn ist ja links da. Von links nach rechts. Das ist europäisch. Man könnte das so argumentieren. So, spielen wir gegen Blue Eyes. Falls ja, wird schwierig. Nee, wir spielen nicht gegen Blue Eyes. Er spielt sie in die falsche Column. Also er spielt sie in die richtige Column, aber... Okay, jetzt ist das Starterdeck. Also, for real, wir müssen auch gegen das Starterdeck angekommen. Ja, das ist natürlich jetzt ein Problem. 1500. Ja, wir müssten den irgendwie rufen. Ja, direkt 2000. Das ist dann stärker als das. Es ist ein Starterdeck. Er hat sich direkt Blue Eyes geholt. Aber er kann sich an. Okay, er hat Angst vor Set Cards. Hätte ich aber auch. Oh, das ist sehr gut. Wir können sogar jetzt unser Blackwing holen. Mit 2600. Wir gehen rein. Ja, wie man das so. Wir gehen hier rein. Nutzen. Jetzt hier. Na, was kommt jetzt? Das ist mal hier krass, ne? Durch... Oh, regende Zerstörung. Oh, 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 oh. Das ist schwierig. Egal, wir haben Schneemann-Effekt. Den Chain wir. Und dann haben wir das stärkste Monster auf dem Feld. Boah, der regende Zerstörung. Der kommt jetzt hart. Boah, er zerstört das. Dann bräuchten wir das gar nicht aktivieren. Weil er kann ja... Ein abgestürztes Management, falls ich kann, diesen Spiel zu normalen Versorgung, auch zu machen, Angst zu zu sehen, Ende ist infekte Werteidigungsprozesse. Aber jetzt machen wir das. Und jetzt Massenkarambolage. Wieso? Und jetzt machen wir das ja. So, 3000. Das wird trotzdem zerstört natürlich. Ja, Lebenspunkte. Jetzt gehen wir rein da. Boom, 1,6. Gut, dass wir nicht ins Synchro gegangen sind. Synchro wäre. Das wäre jetzt sehr problematisch gewesen. Hier an dieser Stelle. Alter, Schneemann-Effekt. Beste Karte. Schneemann-Karte. Äh, Schneemann-Karte. Schneemann-Effekt. Die beste Karte. Ähm, wollen wir gucken. Mal sehen. So. Was ihr Schönes hat? Ich weiß gar nicht. Obwohl das ja in Roki quasi unsere höchste Wahrscheinlichkeit ist, gegen ein Starter-Deck zu spielen. Weiß ich nicht, welche Karten alle drin sind. Also Ring und Schimmerdrache, würde ich behaupten, ist schon sehr gut. Ja, also es ist auf jeden Fall ein Anfänger. Ich finde es aber geil, dass er direkt Blue-Eyes holt. Direkt. Muss ja auch, ne? Also muss auch direkt Blue-Eyes holen. Oh. 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 Okay, das mies. Das mies. Das unfair. Da hättest du jetzt nicht machen müssen. Egal. Je mehr Karten er benutzt, desto mehr Karten, äh, weniger Karten hat er. Ja, desto mehr haben wir das Duell-Hotter-Kontrolle. Ja, er gibt ab. Das ist doch schön. So, jetzt können wir ziehen. Oh, Layla. Layla ist auch gut. Ich würde sagen, wir gehen noch nicht rein mit den Stärksten. Oha. Den können wir rufen. Ah ja, zwei Lights haben wir. Ja gut, das bringt jetzt aber nicht so viel. So, wir gehen einfach rein. Angriff. Nummer 1. Angriff Nummer 2. Und dann gehen wir in die Endphase. Müllen hier drei Karten. Müssen wir. Was müllen wir hier Schönes? Oh, unsere gefährliche Maschine ist weg. Wir gehen in die Trap. Ey, for real. Also, außer Ketten verschwinden, äh, hätte ich eigentlich gar nicht die Karten gebraucht. Also ist schon besser, so wie wir es haben. Aber bin ich schon zufrieden. Wollen wir mal gucken jetzt hier, wie das Ganze hier vonstatten geht. Herde. Nein. Du machst nicht Drachenruflöte. Nein. Oh mein Gott. Das ist schlecht. Nein, das ist gut. Ich dachte, er kommt zu Drachenruflöte. Ja, ist egal, was er zerstört. Ja, zerstört das. Das ist so. Wir haben ihn. Perfekt. So, Memphis 2. Ja, gut. Schadek besitzen sich so viele Aktionen. So, dann können wir jetzt in der Syncruo bestimmen. Oh, oh, oh. Oh, das ist stark. Jetzt beschwimmen wir natürlich das. Nutzeninfekt. Nein. Spezialbeschwören. Das hier. Wir drehen hier direkt auf. Schwarzflügel. Wir haben Blackwing Deck. Boom. Okay, wir können Herderdachen wählen. Und jetzt, mein Lieber, gehen wir hier rein. Attacke. Wir müssen Herderdachen hauen, weil er doch Drachenruflöte zieht. So, was willst du jetzt tun, ha? Wenn diese Karte auf den Friedhof gelegt wird, weil das aus dem Kampf zerstört auf den Friedhof gelegt wurde. Du kannst jenes mal so spezialisch finden. Ey, die Karte ist so strong, die Drachenkralle. So. Ich meine, das Duell bewegt sich auf einem ähnlichen Niveau. Also safe. Aber da sieht er keine Chance. Ey, for real, mit Starter Deck gegen drei Siebener, äh, drei Sechser. Ja, wir gewinnen hier. Okay, eins. Hoch geht's. Resty Rabbit freut sich natürlich auch. Edelsteine sind da. Und zwei Legacy Packs. Zwei Legacy Packs. Die merken wir uns jetzt natürlich. Ich habe schon überlegt, ob wir irgendwann mal einfach alle öffnen. Aber dann, es bringt halt nichts. Es ist zwar ein Fehler von mir. Es war wirklich ein Fehler von mir, die Follower-Kampagne zu machen. Aber ich wollte unbedingt das Logo auf meinem Main-Account haben. So, dann gucken wir jetzt hier mal. Shop natürlich, ne? Wir dürfen uns kaufen. Und zwar Packs. Und zwar Master Packs. Es geht hier weiter. Ich liebe... Also das ist das Schönste hier. Wirklich. Oh, Super Rare. Wir brauchen gar nicht krass. Super Rare. Es geht einfach eine Rare, glaube ich. Massenmesser. Chimera. Wunderfusion. Und... Oha. 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 Okay. Wunderfusion. Der 1, 6. Okay. Er kann sich spezialisch hören, den man permanent weglegt. Und Tribute mit 1, 3. Ja, Rangzauber. Und das kann natürlich krass werden. Du kannst diese Karte schon schon, ohne Trudern zu bieten, dem Grundwert zu 1, 5. Das gut! Während der Main-Fashion-Effect ist ein Monster-Währens, den Gegner kontrolliert, dass ein Antikkel kleiner gleich, den dieser Karte sind. Gibt es die Karte auf der Anzeugung. Und wenn es dies zu ist, wir nehmen bis zum Ende der Kontrolle. Oha. Ich erkläre gleich, den diese Karte sind. Okay, die ist gut. Die nehmen wir rein. Was haben wir hier? Äh, falls es geht nochmal spezialisch hören, kann es hin. Und dann sieht die, wo es gehen 6 an. Legs in der Zeit, wo du das hin. Oder zeig sie vor und füge sie deine Hand dazu. Aber überspringen die nächste Drawfades. Hm. Weiß ich nicht. Und das geht natürlich nur mit Helden. Ja, gut. Also wir haben eine Karte zum Upgraden. Äh, I mean, besser als keins. Und so muss man das immer sehen. So muss man das immer sehen. Besser als keins. So, wir packen den guten rein. Der ist richtig strong. Äh, und raus nehmen wir... Ah, ich... Er ist cool, aber irgendwie mag ich ihn nicht. Und ich hab's in den Kommentaren gelesen. Ich hab Truppen in Exil gezogen. Einfach, äh, broken. Äh, habe ich die gezogen? Doch, die haben wir im Legacy Pack gezogen, ne? Und die hier auch. Also, die haben wir schon decken. So, äh, Tromaxi natürlich Absolute Broken, um irgendwas zu outen. Was nehmen wir da raus? Das ist die Frage... Ähm... Ah, der ist dark. Ah, der ist licht. Ich glaub, dann sogar Stunkelklinge nehmen wir ihn hier raus. Sprechen. Das ist doch schön. So, jetzt können wir mal gucken. Deckbearbeiten. Das ist das Deck, das ist das... Ja, das ist das Deck, was wir ein Gegner eben hatte. Er hat for real mit die besten Karten gezogen. Also for real. Und das ist der Starterdeck, wenn man das linke man es dann nimmt. Okay, smashing ist da. Okay, okay. Also er hat eben legit die besten Karten. Strong, strong. Äh, gut, auf jeden Fall. Und rein da. Und rein. War übrigens noch 23... Ne, Quatsch. Unser 18er Win. Das heißt, es ist noch zwei Wins, sondern haben wir eigentlich 20 voll. Ähm... Jo. So, Gegner wählt. Gegner wählt lange. Darauf trinken wir erstmal was. Hallo! Okay, L2 da. Finde ich okay. Destroy Rabbit ist bereit. Setz die Brille auf. Wir gehen rein da. Ah, ich hab Bock, Alter. Ihr wisst gar nicht, wie viel Bock ich auf diese Challenge hab. Ich freu mich wirklich, dass wir... Oh, 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 oh. Bisschen viele... Wir spielen fast zu wenig Tributmonster, habe ich so das Gefühl. Wir müssen die Tributmonsteranzahl dann doch wieder erhöhen. Upstart, okay. Das ist erstmal okay. Tuning. Ja, das ist schon schlecht. Aber es spielt schon ein kombinierbares Deck. Aber wir hätten... Wir können die Battleface jetzt skippen. Däger! Er macht doch jetzt ein... Ja, okay, das war es komplett. Also, der wird spielte Junk-Synchro. Das ist ja komplett übertrieben. Digi übertreibt halt nicht. Alla, ich meine, wenn er jetzt so eine Synchro-Bestolung gemacht hätte, okay. Warte, wenn wir jetzt aber hier eben... Dann können wir nochmal eben hier Deck bearbeiten. Und wir haben ja was gucken. Wir spielen aktuell jetzt ein... Ah, die kann auch zu gut schauen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ne, ist schon viel. Wir wollen uns auch nicht komplett wegbrechen. Sieben ist schon viel. Also, ja, ich weiß, das eine ist noch Scale. Die können wir auch als Scale benutzen. Und so weiter. Also, von daher... Ja, ist das Ganze natürlich ganz entspannt. Oh, okay. Die Gegner darf wieder auszoomen. Aber die Synchro einfach ihre Ohren wackeln. Er wackelt mit Ohren. Wackelt mit Ohren. Ja! Ah, Rescue Ravid. Ne? Ist schon ein Süßer, der Kleine hier. So. Wir fangen ja zweitens an. Finden wir sogar gut. Können wir sogar gut. So, bitte spielen wir noch ein Starter Deck. Nehmen wir eine Chance. Oh, Extra Deck. Gefährlich. Aber kein volles Extra Deck, ne? Oh, oh. Oh, wir haben gute Hand. Oh, 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 oh. Haben wir eine gute Hand. Wir können direkt einen Zwei-Dreier rufen, theoretisch. Wir können auch einen Specter-Border spielen. Pass. Okay. Wir gehen direkt rein. Wir gehen jetzt zimmern rein. Oh, noch ein 1,8er. Uh, uh. Wir können erstmal den Spezialbestellen. Gehen rein da. Und außerdem gehen wir mit Light rein. Inspektor-Border-Keepen wir noch ein bisschen. Attack. Nein, wir wollen das nicht aktivieren. Nein, wir wollen das nicht aktivieren. Attack. Nein, wir wollen das nicht aktivieren. Nein, wir wollen das nicht aktivieren. So. Gegen die Memphis Y. Setzen das natürlich. Wir könnten das hier auch setzen. Aber den können wir auch nächsten Zugangstribut bestellen. So. Ja, das sieht da schon mal gut aus. Es könnte gut sein, dass wir hier jetzt eventuell den Wind holen könnten. Ist auch krass. Na, wir ziehen fast noch einen Monster. Was kann man in der Draw-Phase aktivieren? How? How is possible? Wie schade ist das? 2000. Mit Inspektor-Border-Bergen auch 5. Ja, perfekt. So, wir holen jetzt einen ganz schnell Win hier. Das ist ja wohl klar. Selbst wenn du Kampf aus Blender oder ähnliches hast, ist es jetzt komplett egal. Denn wir haben hier... Nein! Die Ge... Was? Oh nein, können wir nicht nochmal beschweren. Ja gut, da machen wir das aber so. Na gut, denke wir halt trotzdem Stimmenspektor oder gar nicht mehr schworen werden. Ja, gewinnen gleich mit Kelch. Aber erstmal hier angriffen. Ich habe auch schon ein Gausformer, das spielt nicht. So. Natürlich nicht im Demonstrap, damit wir gehen auch darauf reagieren können. So. Boom! Win. Nehmen wir mit. Den nehmen wir mit. 19. Win. Ey, die Folge gefällt mir wieder. Aber wir sind auch Rookie. Ich meine, das Ding ist, es sieht jetzt so schön aus. Aber wir sind ja auf der... Ja. Wir waren nicht mal Bronze. Also, dass wir hier gewinnen... Oh nein, ich habe nicht geguckt. Oh nein. Für Legacy Packs. Warte, ich kann es nachgucken. Schau. Ich wieder hier. 24. Jetzt sind es zwei mehr. Perfekt. So. So. Und wir gehen hier rein im Masterpack. Komm, bitte. Diesmal jetzt was Nettes. Wir wollen was Nettes. Wir wollen was Nettes. Wir wollen... Okay. Ey, das ist egal. Wir brauchen keine Superkinder-Ultras. Ja gut, wir nehmen aber auch eine Super-Rare. Wir nehmen auch eine Super-Rare. Das ist nicht das Problem. So, wir machen jetzt langsam hier. Oh, geht noch mit Young Sing. Das ist natürlich ärgerlich. Oh. Okay. Ein Empfänger. Maschinen-Maschinen-Empfänger. Wenn ich kann normal beschwungen werden, dann kannst du einen Dodomonsterschützer von der Hand beschwören. Nee. Brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht. Ja. Zerstört die Anzahl auf den Kanten. X-Häbel. Ey, wie viel Themenkarten. Falls einer mir nicht Wassermonster zum Beispiel zerstört werden, solange du ein Wassermonster getrunniert hast, ändert die wir schon mal in unserer Vereinsposition. Das ist ja richtig schlecht. Wie viele Wassermonster haben wir? Also, das ist eine berechtigte Frage natürlich. Wie viele Wassermonster spielen wir? Ich glaube nicht so viele. Ich spiele ja Licht und Dark, ne? Cool, wir spielen Feuer. Ist der Maschine? Nee, der ist Krieger. Aber wir können nicht mal den Krassen reinpacken. Also, den Shigun. Ja, cool. Gutes Pack. Hat uns legit gar nichts gebracht. Also, gar nichts gebracht. Ich weiß nicht, was das soll. Ich weiß nicht, warum das Spiel uns hier so lieb hat. Wir spielen gegen ein Auto. Wir spielen gegen William. Der William hat ein Auto. Das ist doch schön. Ich glaube, das Auto kriegt man erst, wenn man Duelist Level, also Duelist Level im Sinne von Hier, wie heißt es denn? Ah, dieses Leveling. Mit Fragen beantworten und Aufgaben erfüllen. Ich glaube, damit kriegt man das Auto. Ihr werdet... Oh, oh, oh. Oh, oh. Wow. Wir können 3000er First Turn plus Setten. Okay, William. Bitte spiel nix. Degger. Er spielt Celery Great. Ja, ihr denkt, dass ich am Näh ist. Ja, schön wär's, Alter. Ja, okay. Also, ja. Freut mich, finde ich, William. Hat Spaß gemacht, mit dir zu spielen. Freut mich auch. Wir spielen auf Bronze, ja? Also, du kannst gerne auf Gold oder so Celery Great spielen, aber nicht auf Bronze. Muss dann halt nicht sein, ne? Also, ne, muss nicht, ne? Muss nicht. Ich meine, du rankst jetzt eh hoch ganz schnell. Ist doch fein. So, guck mal. Da. Das ist doch hier jemand hier. Dui. Dui. Dich mögen wir. So, du darfst auch anfangen hier. Guck mal, ich bin so nett. Guck mal, wir steigen auch auf. Also, einer von uns zumindest. Rabbids sind am Start. Rabbids freuen sich. So. Schön. Ja, was? Spielt er 60 Karten? Nein. Sieht so dick aus. Ne, er spielt 40 mit 9 extra Karten. Was haben wir denn hier? Äh, Dinosaurier. Starkes Routenmonster. Auf die Hand geben. Ähm, ah, es geht besser. Es geht besser. Warte mal. Ah, diese Karten. Gib alle Karten in die Schwalte, die sie gerade auf die Hand zurück. Cool. Ich könnte Lila bouncen, theoretisch. Getopf. Okay, das ist krass. Er spielt schon gute Karten. Hallo? Warum? Er hat 9 extra Karten. Er spielt Runic. Mit Lightning Star. Digga. Chill doch deine Base. Hat er überhaupt genommen. Ja, natürlich hat er Zerstörung genommen. Oh, nee. Was kommt jetzt? Jetzt wird Zerstörter oder darf ich ziehen? Deck. Versucht er mich zu Deck outen? Also wird er ja, ne? Ja, der Gegner zieht eine Karte. Oh, ja, 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 ja. Er denkt sich auch. Was spielt der? Was spielt der? Okay, Mainface zu Ende. So, wir sind plus 1. Er spielt ohne Brunnen. Das könnte unsere Chance sein. So, okay. I mean, an sich zwei gute Traps. So. Äh, wir gehen rein hier. Mit Dino. Summer Limit. Krass. Oh, nein. Schlummer. Okay, und das Runic ist Zerstörung. Ey, wir können... Nein, ich bin schon Runic Monster. Jetzt hör doch auf. Warum musst du jetzt schreien? Ach, Digga. Jetzt hol den Hund wahrscheinlich, ne? Safe hol den Hund, oder? Ja, hol den Hund. Aber klar. Ja, freut mich, dass du einen Hund hast. Äh, ja, freut mich, dass du einen Hund hast. Äh, ich würde sagen, äh, wir machen das so. Jetzt überlegen wir. Oh nein, soll ich noch eine setzen? Ah, ja, komm, wir setzen noch eine. Dann geben wir da noch einen Zucker. So. Ja, war klar, bitte zerstört die erste. Bitte zerstört die erste. Bitte zerstört die erste. Warum? Es gibt keinen Grund dazu. Nein, wir haben den Exil verloren. Nein. Ja, und wir haben den Drachenklaue verloren. Das tut mir wirklich weh. Okay. Dann wählen wir einen Monster, einen Friedhofbescheidung. Okay, sie sind in der Verteidigung gefallen. Pott. Ja, natürlich zieht der Pott. Ey, ist so frech. Warte, er wacht, nur durch Kampf, ne? Ja, das ist gut. Okay. Topf ist das ein bisschen ärgerlich. Ey, wir können das gewinnen. Also, wir können das for real gewinnen. Okay, das ist ein Problem. Aber es ist gar kein Problem mit Lila eigentlich. Eigentlich ist es gar kein Problem. So. Set one. Okay. Er wird die Chaingun. Deswegen rufen wir jetzt Lila. Okay, Schneebandeffekt. Gar nicht mehr so schlecht. Ey, das ist gar nicht schlecht. Rufen wir jetzt Lila selbstverständlich. Wir müssen hier ein bisschen das eindämmen, was er davor hat. Er ist unser natürlicher Effekt hier. Äh, und zerstören die hier. So, ganz langsam machen wir das hier. Sehr schön. Dann setzen wir die und geben ab. Ja, müssen drei Millionen. Das ist natürlich jetzt kontraproduktiv. Äh, das kann uns jetzt hier natürlich selber das Duell kosten, dass wir hier... Oh, 20 Sekunden uns geht. Dass wir ihnen jetzt auch noch helfen, ist natürlich ein Problem. Aber, ja. Wir gucken einfach mal, wo das Ganze hinläuft hier. Ich glaube, wir müssen Lila doch Tribut beschwören. Können wir die verdeckt setzen? Ja, das ist doch eine Idee. Ich glaube, wir greifen den nächsten Zug an. Okay, oder er greift an. Das ist eigentlich noch fast besser für uns. Äh, okay. Er möchte natürlich jetzt noch nicht angreifen. Oh, okay. Aber jetzt können wir... Okay, wir können Schaden machen. Natürlich sehr verlockend hier. Und kein Reptil im Friedhof, ne? Ne, Donner. Wie fehlt der? Eins hier. Ähm... Dann würde ich sagen... Äh... Schade, ich kann Lila hier nicht bucken. Ich würde sagen, aber... Ja, wir müssen... Aber wenn wir Tribut beschwören, wir den halt zerstören, ne? Das ist ja natürlich klar. Ähm... Ich glaube, wir nutzen das, dass er das jetzt in Angriff beschworen hat. Ja, ich glaube schon. Wir opfern ihn. Kann nötig sein, dass er das Spiel für verlässt. Du kannst ein... Sonst, wenn er das dann geht. Und er nimmt seine Kontrolle. Lichtmauer. Geht das jetzt ein Problem? Das for real jetzt ein Problem. Oh, wenn er zu 3000 zahlt, wäre das natürlich unser Vorteil. Wenn er nur 3000 zahlt, wäre das ein Vorteil für uns. Okay. Okay, okay, okay. Dann können wir arbeiten. Dann können wir arbeiten. Tipp. Ja, okay. Dann können wir aber arbeiten. Oh nein, er kann sich jetzt Brunnen holen. Ganz offiziell. Das ist, wo wir arbeiten können. Das ist, wo wir arbeiten können. Wir müssen nur noch Lila... Ja, jetzt wird er Brunnen. Okay. Wir haben es aber. Wir können Lila gleich beschwören. Okay, 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 okay. Weiter. Das ist doch... Das ist doch was. Äh... Ähm... Aber wir kommen leider nicht auf so viel. Ähm... Müssen wir halt in die Battleface gehen. Lustig eigentlich, wenn wir... Guck mal, das sind schon... Äh... 4000. Das wären... 5.900... 5.900... 5.900... 5.900... 5.900... 6.900... 7.000... Es wäre halt stärker dann, ne? Also es wäre faktisch möglich. Pass. So, jetzt aktiven wir das. Wir können auf 7.000 mit Schneemann-Effekt kommen. Können wir also auch machen, eventuell. Wir sehen so weit gleich, sagen wir Lila. So. Okay, das ist auch lustig. So, jetzt machen wir ja Flippischung. Es kommt vielleicht... Hier spieler kann nur eine Eigenschaft von Monster kontrollieren. Liege alle anderen. Oh, ich habe Feuer. Ach, das ist so ärgerlich. Wie viel haben wir? 5.900. Licht, Finsternis. Ja, wir können Lila boosten. Das war es dann aber auch. Boah, das nimmt uns jetzt wieder raus. Das ist halt ärgerlich. Boah, das ist jetzt ärgerlich. Ja, wir müssen Licht behalten. ist das ärgerlich in den brunnen raus setzen die karte setzen die karte 15 garten am deck wir mussten bunt zerstören wenn er jetzt eine schade zieht und aktiviert und drei kann sie damit verloren also das ist halt so dass wir so lustig und angreift kartenzerstörung armin jetzt okay das ist sogar gut möchtest du diese karte sind noch mal schon ja das ist sehr gut das hat voll gut das ist ein quick effekt sehr gut das ist ein quick effekt mein lieber das ist richtig gut weg ist er ja wir können so nicht angreifen das ist natürlich das problem aber im nächsten zug hätten wir es oh mein gott aber im nächsten zug hätten wir es die stört jetzt noch können wir den effekt aktivieren warum ist denn spell and trap so ein müll er kann wieder ein monster beschwören noch zweimal millen es wird alles ein riesen problem das wird alles ein riesen problem durch jugend als zerstörungs protection als sie es sie als sie wird coming ist ein problem ist ein problem sagt es wie es ist noch eine zerstörungsmöglichkeit das ist doch komplett nervig ein das doch bescheuert angreifen können welt auch nicht das beschützte menschen skin dies jetzt melden wir wieder 3 es kann nur einmal machen gozenmatch ist auch ein riesenproblem speckle border ey wir werden es vielleicht nicht schaffen wir werden es vielleicht nicht schaffen doch warte wir könnten gozenmatch zerstören warte doch wir können gozenmatch zerstören gozenmatch zerstören er ruft seh wieder monster ich könnte wollen nein er kann mich der kann man auch man es so lächerlich ich bin sauer es wird so ein schlecht so ein schlechter juni das ist so frech dass man für verlieren nicht mal irgendwie eine kiste hinbekommt warum bekommen wir keine kiste ich will eine kiste kriegen verdammt dann können wir keine kiste ja gar nicht so ein spiel zu er oder was dann anfangen jetzt kann man zwar gut sein weil wir haben ja schon gute karten going first back the border 20 jungs geräte und so das sind gar nicht beziehen wollen ja so natürlich nicht aber wir haben voll gut herr wir haben richtig gut würde das ist super wir machen krebs da gewinnen wir gegen cyberdragen schon mal und setzen eins setzen zwei und dann haben wir doch den lachs hier das doch super ist es wir haben 212 unserer besten traps gezogen für grüßes first also von daher beschweren kann man sich eher weniger hier an der stelle so ist es die frage ja okay natürlich aber es ist doch nicht wahr da natürlich jetzt spielen so in tempel witzlos einfach einfach witzlos hier ja kommen also ich will können die angriff anolieren und so aber die tempel generell ist natürlich 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 mit tempel spieler hier ist dann auch nur unsere 10 20 30 40 50 55 die niederlage kaum machen 55 die niederlage kommen das noch 20 zum wind holen krass wir haben schon 75 duelle jetzt noch hier nach der karte weiß und so er wird alle komplett jetzt hier wieder besser wenn ich anfangen lässt spielt das safe chaos max da habe ich nichts gesagt doch 75 das duell zeige was du kannst war eine gute hand guter hand da fehlt ein dinosaurier dann ist krass bei mir die atk power okay ich bin weiß und bringt sich für einen das doch schön da ist doch wunderschöne bricht so wollen wir das doch sehen schneemann effekt auch sehr gut so wie man das so ich gehe mit leila reingreifen an und zerstören die zf danach und wenn er etwas darauf reagieren können kann er nicht dann wäre es so gewesen sowie sagt im effekt nimmt raus ich habe mich selbst gehabt ich habe mich selbst haupts genommen aber nur zwölf extra dekarten ja auch mann wir spielen gegen tierelement der mensch hätte ich da mal nicht zerstört ja aber wir sind auf bronze wir spiele für decks hallo ok ich bin crystal beast also real crystal beast ok du hast mal respekt du hast meinen respekt meinen vollen respekt hast du jetzt immer gern los in pro 6 oder ne 5 minus brauchen sie pro 6 spiel gegen crystal beast haben wir eine chance ach komm digger was ist es denn das ist doch nicht der ernst jetzt wir können immer in 60 karten warum passiert mir das immer man ich wollte mit dem 75 duel win holen wäre so schön gewesen ja freudigen keks alter aber nicht sauer man nee habe später noch mal christ das ist das obfut ok aber schließend gegen einen karten effekt und mir eine ganze krass an wie du kannst du kannst du kannst direkt über annullieren ja das was macht irgendwas hatte kann angriff an und lehren die ja das ist salz ne 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 das also der fede das da der hat mich der hat mich hauptsache genommen der bekomme ich ein bisschen mehr also muss ich einfach mal ein bisschen mit kommen ein duell noch und sonst soll es heute nicht sein sonst soll es heute nicht sein also wirklich ja 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 ich habe ja so bock heute hier ja ja im 2 wind school war mir ja so negativ es ist folgend okay als erster natürlich kaum gibt mir ein fetter das da gibt mir den fetter das da wieder er ganz ehrlich warum brauche ich auch gar nicht eigentlich cool achst trache ich weiß halt nicht für wechseldecken kommt wer kann ich drüber wenn man einfach so ich will die kürt nicht auch von falls da wirklich ein fässer storm kommt falls da irgendetwas aber von ganzem schon kommt wäre das richtig schlecht jetzt das hier zu direkt aktivieren so wenn das ein reptil wäre hätte man auch sagen können ja man spielt auf den alligator aber so warum wie kann das sein er spielt nur fünf extra der karten ja aber rastet komplett aus kraftet hier antike antriebsstadt was ist denn los hier also ja 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 natürlich also erspielen natürlich kein gutes ich meine ans halt auch von fünf der erge keine er spielt 60 karten ist das denn was ist das wir lernen die ganze monster das kontrolliert verband ist während der nächsten verlegen verband ist und falls du bist du es bin hatte kaputt eine spiel zu verdoppeln zu der grunde tecker als einer märkte kann man kann sich nicht das heißt jetzt ist sie gesichert mit der karte trommel ziel auch sehr nice ist natürlich kein ding so und dann gehen wir jetzt hier rein mit so mein lieber er wird zurück gehauen jetzt mal eine trap gesetzt hättest du mal gemacht seit dieser trap in der hand also mir ist klar dass sobald golem kommt wir haben noch truppen exil aber danach wird es dann auch halt anders schwierig set one jetzt setzte die trap jetzt jetzt zwei traps okay das monster defense das ist gut für uns drawn was sagt die noch mal wir für eine karte hat dann gehen auf eine karte nicht gerne gehen zerstöre diese karte okay also das geht zwar wir könnten jetzt hier aggressiv rein gehen und in den black wing gehen oder wir gehen halt um exil weiß ich nicht fühle ich aber beides gar nicht ich habe auch das gefühl mehr monsters gab besser als wenig also ich glaube gehen so rein nutzen nicht den effekt und greifen einfach an ich glaube das effektivere weg kriegen der zerstörung und das jetzt natürlich problematisch also ich vermute zu 100 prozent dass wir nicht drüber kommen aber ich versuche uns natürlich da sind die scheißkiste natürlich ist die kack dann drei speichern machen wir das halt wild 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 hier auf jeden fall es kommt er wieder krass ist immer noch schwächer als meiner hat es auf jeden fall gebracht okay das ist auch nicht stärker aber der kann sich suchen dann machen wir seine hand oder finde auflegen den effekt okay das macht die gesucht für eine karte na okay er zieht eine karte oder war da zieht er nur eine karte erzieht eine karte erzieht nur eine karte okay so jetzt können das natürlich sehr stark kann sich zum fängnis werden hier wieder aber genau ja okay los geht es werden wird in der fünf bettende fünf bettende fünf bettende fünf bettende fünf bettende fünf einfach eine es rausgeholt das gut da haben wir noch kein problem mit so und damit haben jetzt auch kein problem mehr gehen wir nämlich hier in die beschwörung was das für ein ding das denke mir auch attacke gesammelt protect man kann nicht sagt die trap das kann stattdessen ein golem oh mein god die können golem protecten noch eine holt er nicht den bohrer spiel ich den bohrer eine spiel den bohrer nicht sehr schön bin auch gut ich finde er sollte noch mehr als unser effekt von ding sagen sie eine karte so wie er hat die chance hier das duell toll und zeigte borna bringt natürlich nicht okay effekt wir das schlecht eine karte das ist okay setzen nach truppen exil setzen nach truppen exil ane ist truppen exil bringt er nichts ersetzen das und greifen dann ja ja keine maus oder spezial ist kein schlager und sagt okay wir können flippen gleich bitte haben nichts bitte habt gar nichts er steht auch 60 jahr hat nichts sehr schön nein er hat was das schlecht andere golem oder anfang von dem wind eine decke zu finden ist mir egal probiert ich habe es mir egal attribute wir erst setzt und dann er sich anscheinend der säge sicher autos feind sehr gut er würde nicht aus dem euro verspielen oder 6 stark eine karte geben effektiv hier das machst du jetzt das gut im game 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 jetzt war das 76 aber rank up und ein ein legacy pack noch fünf stück dann haben wir das nächste so leute wir wollen natürlich zu guter letzter netz und so diesen unseren lohn auch abholen wir gehen hier ein master pack kommt was schönes wird nicht nur themen kann vielleicht auch ultra keine themenkarte keine themenkarte bitte keine themenkarte keine themenkarte ich gehe erstmal das fängt gut an da ist wenn ich gerade man sagen dass die ganze steuerung fliege wird ganz einfach 5 oder höher mit 1 6 oder weniger die karte von deck beschwören ja doch glaube ich in der kitzel saurier falls dann gehen da zwei dann mehr in seiner hand hat als du du kannst ein seiner hand vorzahlen und diese offene katastro anbieten das ist viel zu speziell sagen wir hier falls ich diese kanal oder im friedhof befinden du kannst ein sehr wechseln uns kontrolliert hat team karte team karte hat euch hat eben karte themen karten und komm ich habe auch keine themenkarte naja unser deck wird nicht nicht besser ja wir können ks end meister reinholen aber das weiß ich ja leute das bleibt mir anders übrig halt zu sagen ich hoffe die folge hat euch gefallen ich wünsche euch jetzt natürlich wie immer einen wunderschönen tag und wir sehen uns dann schon bald zurück wieder bei der masochist stell uns nämlich viel spaß beim duel du